Bewährte Hausmittel gegen eine verstopfte Nase Inhalieren mit Salz ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Hausmittel bei verstopfter Nase. Am besten geeignet ist hierfür ein spezielles Inhalationsgerät, das in der Apotheke geliehen werden kann. In diesem wird das Wasser samt Salz in feinste Tröpfchen zerstäubt und kann dadurch tief in die Atemwege vordringen. Linderung können ätherische Öle wie Eukalyptus, Katscheput oder Teebaum verschaffen. Ein paar Tropfen davon in der Aromalampe zum Verdampfen gebracht, erleichtern das Durchatmen. Bewährt hat es sich, bei einer verstopften Nase mehrmals am Tag an einer aufgeschnittenen Zwiebel zu riechen, denn dieser hat anti-entzündliche und abschwellende Eigenschaften. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de www.heilpraxis.de www.heilpraxis.de